Guten Tag, Blechschmidt. Guten Morgen. Sehr schön, dass Sie zu mir in den Keller gekommen sind. Gern. Wo wir den Wein und mich herum haben und etwas philosophieren können. Aber Sie sind ja hier in der Nähe. Sie arbeiten hier mit der Haute Couture, die sehr berühmt ist in Basel. Und auf der anderen Seite der Heimweg. Ich kreuze sie immer ein bisschen. In der Mitte, genau. Wenn ich Heimgang sehe ich immer beim Aperitif. Die Gäste vom Quartier. Ja, das ist ja so. Die können wir gerne. Und finden auch, wie soll das Jo beibehalten. Dass wir sie treffen können. Dass der Treffpunkt hier im Quartier ist. Das ist im Quartier sehr wichtig. Ja, das braucht es teilweise. Es ist ja doch ein Kleidorf. Es ist ein Kleidorf, ja. Man weiss alles über fast jeden. Ah, gut. Aber nicht Schlimmes. Alles gut. Herr Plätschpitz, Italien kennen Sie sicher? Ja. Mit den Reisen, die Sie schon gemacht haben. Ja, mein Mann macht ja so Konzerte und Kulturreisen. Und das ist natürlich gerade im kulturellen Bereich, im musikalischen Bereich ist Italien sehr wichtig. Das ist es. Also Metropole, Meiland, natürlich auch Rom und Nappel. Auch Apulien und so. Das ist wirklich auch eine sehr wichtige Destination. In diesem Fall gehen wir ein bisschen nach Apulien. Ja. Ich habe einen Wein hier. Das ist der Primitivo aus Apulien. Mhm. Eine Reserva. Und Apulien. Sie wissen, was ich gerne habe, oder? Ja, ich habe so gedacht, das wäre etwas nicht gerade leicht, aber ein schön weiches. Gut. Ja. Wir haben gerne eine sehr kraftvolle Wein. Eine kraftvolle Wein, ja. Eine kraftvolle Wein. Und wir trinken auch gerne halt eben so. Vor dem Essen. Vor dem Essen. Also wenn ich heimkomme vom Schaf und der Peter ist hier, also wenn er nicht auf Reisen ist, dann kocht er. Er ist bei uns eher der Koch. Ich bin der Casserolier. Ah. Und ähm. Fuchsauer. Das muss er sein, ja klar. Und ähm. Und dann auch dann auch. Also trinken wir gerne so. Beim Kochen eigentlich so. Ja, es ist ja auch schön in der Küche sitzen, wenn wir einander helfen oder zuschauen. Und ein Gläschen. Und die Untertitel erzählen vom Tag. Genau. Vom Tag, wie alles gelaufen ist. Was man alles so. Ein bisschen entspannen. Mit einem guten Wein. Sicher. Sicher. Wollen wir den auch, Babi? Natürlich. Sehr gerne. Also aus der Puglia, die ja sehr bekannt ist, auch für die Trulli, die es dort gibt. Die guten Orechiette mit Gemüse dazu. Genau. Jetzt sprechen wir ja schon wieder vom Essen. Eben. Ja, es gehört irgendwie zusammen, oder? Es gehört dazu, ja. Essen und Trinken ist etwas vom Schönsten. Fast. Ja. Man muss halt auch schnell aufsteigen. Ich kann es besser öffnen. So. Und jetzt. Offen. Ja. Sehr gut. Spannend. Spannend. Schöne Farbe. Sie hat eine sehr schöne Farbe, ja. 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 Das gibt es halt auch. Ja. 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 Ich probiere noch einmal. Nein. Zapfen Wien müssen wir nicht trinken. Ich hole gerade noch zwei Gläser. Ich habe schon gedacht, der Zapfen ist ein bisschen, sehr. Ist ein bisschen nicht geschmeckt. Ja. Und ein bisschen Nass. Das ist besser. Das ist besser. Ja, jetzt hol ich die Schmelze an. Ja, ja, das ist super. Sind sie jetzt hier noch zu nehmen, oder? Ja. Jetzt nehmen wir die. Ja. Der ist auch in der Farbe ein bisschen anders. Der ist ein bisschen klarer. Ja. Der ist ein bisschen glühlig. Genau. Der schmeckt anders. Sehr schön, ja. Sehr schön, sehr schön. Der ist schön, ja. Sehr schön im Abgang, ja. Bleibt schön lang. Ja. Schön weich. Das ist auch ein bisschen Honig. Wenn sie so einen Wein schon vor dem Essen trinken, bevor sie anfangen essen als Aperon, machen wir ja fast nicht mehr da kennen. Es kann sein, dass man zum Essen eigentlich nur noch Wasser bringt. Ja. Aber manchmal braucht man auch recht lange zum Kochen, oder? Das ist schon so. Und dann ist es halt länger in der Küche, als dass man es dann eigentlich gegessen hat. Ja, klar. Ich finde es auch schön in der Küche zu sein. Also es ist so, wir stehen sie da in der Küche mit dem Glas Wein oder so, also das ist wirklich sehr möglich. Probieren wir nochmal einen Schluck. Ja. Sehr gut. Mhm. Ich danke Ihnen, Herr Blechschmidt, dass Sie gekommen sind. Dankeschön Ihnen. Ganz toll, hat mich sehr sehr gefällt. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.